Ich bin mal gespannt, Zeros 0 war ja easy, Zeros 2 war auch Deathless, schauen wir mal wie 4 ist. Ich muss die Musik ausmachen, ich muss mich nämlich doch noch auf die Voicelines konzentrieren, zwischendurch immer wieder. Außerdem ist das RP hier geil, ich mag es. Lass mich, Oryath braucht dich. Mal tief durchatmen. Mal tief durchatmen. Abonniert mich. Was ist das eine reale Herausforderung? Du hast endlich auf meine Augen gefangen. Möge! Das war's für heute. Die anderen haben die Kraft in ihren Projektionen gefunden. Sie wurden auf mich verletzten. Ich bin nicht so dumm. Die Sonne ist weg! Die Sonne! Die Sonne! Die Sonne! Die Sonne! Die Sonne! Ich habe gesehen! Die Orden! Warum ran? Was ist das Problem? Die Sonne! Obliteration! Creation itself! Life was really interesting enough to warrant all this pain. Die. Die. Das ist das Problem. Die. Warum ran? Was ist das Problem? Die Sonne. Die. Glowrious Flames! Diehguru aus dem Cosmos… Ich sehe nicht wo er ist. Ich dachte ich wäre unter ihm durchgelaufen. Da ist er. Was macht er denn jetzt hier an der Treppe? Es geht nicht! Es geht nicht! Oof!